Die Eltern sind zum Erdziehen, die Dosen sind zum Pferdziehen. Jetzt ist er eingeschlafen, hm? Bist du fast einig? Komm her, komm her. Ich hab's gar nicht mehr gekriegt, ob er was sagt. Er hat dann hier nochmal seinen Kopf ein bisschen so richtig mit deinem Bein legen und legst ihn in der Hülle. Komm her. Komm her. Also Dolfbergs packst du am Sein? Ja. Wir haben jetzt noch die Munchen, keine Zähne.